Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play von Feed the Beast. Ja ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen, auch länger nicht mehr Minecraft gespielt, gezeugt, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Feed the Beast natürlich auch nicht, ist logisch. So machen wir mal. Kurz mal einstellen, ja doch. Komm so. Das geht dann auch, hören wir schon was. Jo, ich muss nun mal Lautsprecher vom Kopfhörer bisschen lauter machen. Oh mein Gott. Was ist das? Äh, ich guck mal kurz. Ich mach's mal ganz kurz auf dem Desktop. Die kopierte Version. Ich mein, was ist hiermit passiert? Äh, ich hab's ja, wie steht. Üh, steht zu erlauben. Äh, steht zu erlauben an. Äh. Äh. Was ist das? Äh. Äh. Das kann doch nicht sein, dass unser Baum weg ist. Allgemein, das ganze Holz ist weg. Ich hoffe, dass das jetzt nicht... Ah, wisst ihr was? Ich mach einfach ein Backup vom PC. Vielleicht liegt es ja da dran. Keine Ahnung. Ich guck gleich nochmal beim Minecraft. Wenn es da dran liegt, mach ich gleich einen Backup ab. Joa, wir sehen uns dann, ne? Bis Klee. So, und da sind wir auch schon wieder. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Guck mal, wer ist da? Ähm... Ja, was ich bemerkt hab, ich hab mal an meine Kreativ-Map geguckt. Also habt ihr ja gesehen, dass ich sowas habe. Und die Mods spinnen hier so ein bisschen rum. Hier ist das ganze normale Holz weg. Ja. Ihr seht, diese ganzen Sachen mit den Mods sind hier auch weg. Und das versteh ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Sonst, ich hab ja noch ein kleines Backup. Downloade ich mir Feed-Dip-Bees nochmal neu. Und... Dann guck ich irgendwann nochmal. Also jetzt hätte ich jetzt... Eigentlich keine Lust. Und da drauf. So. Ihr wisst wahrscheinlich auch warum. Ich da keinen Bock drauf hätte. Das ist mir ein bisschen zu laut. Oh, mag ganz aus. Jo. Was kann man da drüber noch sagen? Wann werde ich das machen? Vielleicht noch im Laufe der Woche oder... Vielleicht auch später. Wie gesagt. Weiß ich noch nicht. Jetzt gucken wir erstmal, wie das hier ein bisschen untergeht. Bum, 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 bum. So. Ein bisschen Untergrund durchsuchen. Hm. Das ist natürlich ärgerlich. Aber naja. Was willst du da machen, na? Was willst du da machen, na? Hm. Ja, würde ich sagen, bei Minecraft ist es nicht so alt so. Also deswegen weiß ich es, dass es an den Mods liegt. Ja, sonst wäre da ja auch alles weg. Na ja, schade. Dann bis zum nächsten Mal. Aufgeben werde ich es nicht. Ich tue alles, was ich kann. Nein. Alles auch nicht, aber trotzdem. Das ist nicht so alt. Steig. Ich fahre in der Infobox. Ich fahre in der Infobox. Ich fahre in der Infobox. Jetzt fahre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.